Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in D-Real Valley. Heute werden wir mal einen kleinen Holzzug fahren mit der Big Mama, denn ich habe es noch die ganze Zeit schon vorgenommen, dass ich mit der mal eine kleine Tour fahre mit dem neuen Sound, der mir wirklich gut gefällt. Und ja, der Plan wird sein, dass wir hier alles mitnehmen und mal verfrachten und mal schauen, wie das so ist, mit der zu fahren, mit dem neuen Sound. Okay, soweit der Plan. Die war hier schon mal an. Ich habe da nämlich vorher kurz eine Rangieraufgabe gemacht, die Waren, die dahinter sind, einmal beladen, weil ich will, dass hier dann nichts mehr steht, wenn wir hier wegfahren. Okay, gehen wir mal zu den Aufträgen. Das war ja gerade das, was ich gerade schnell weggemacht habe. Wir nehmen da jetzt einmal alles mit. Wir haben 342 Tonnen, 285, 228 und 342. Gut, also, dann geht schon. Alles mitnehmen. Ich glaube, das habe ich auch noch nie gemacht. So. Perfekt. Hätten wir das? Sehr geil. Gut. Machen wir mal die Kontrolle. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss hier mal meinen Inventar kurz anpassen. Das brauche ich erstmal nicht. Das brauche ich auch nicht. Geldtasche erstmal auch nicht. Das auch nicht. Aber dafür das da. Das kommt ganz nach hinten. Das da und das da. Und dann, glaube ich, haben wir es. So. V-Kommen mit dem Ersten an. Also, wir sind jetzt hier auf B2-0. Das ist B3-0. B2-0 fängt hier mit 4,20 an und 2,96. Das ist 2,96. 9,12. Und wo haben wir hier? 4,20. 2,94. 4,20. Okay. Das sind die, die gerade schon mal hinten dran sind. B2-0. 8,4-2 müssen dann dahinter kommen. Oder 0,18. Okay. Mal kurz den letzten Wagen prüfen. 8,4-2. Das sind die, was wir gerade dahinter haben. Ich tue das gerade mal sortieren. Äh. Tun wir kurz drauf. Den haben wir so dahinter. Stimmt das jetzt so? B2-0. Das Erste. Das Zweite. Und das wäre B3-0. Das wären die Wagen hier. 6,2-2. Das passt. Und das hier wäre 5-0. 0,58. Ja. Okay. Passt. Dann sind jetzt die Handbücher ungefähr dann in der Reihenfolge, wenn wir es dann hinten am Haken haben werden. Juh. Die Sache. Okay. So. Dann wollen wir mal den Batboy hier mal starten. Sehr gut. Ähm. Ich hab da, glaube ich, noch die Handbremse drin. Mal schauen. Und. Mal schauen. Also, warte mal. Da muss ich ja auf der Look sein, ne? Äh. Äh. Einmal einschalten. Ach, nee. Ich kann das ja gar nicht, ne? Äh. Das wird jetzt aber schwierig. Ähm. Ja, nee. Kling mal hin. So. Das erste, was wir hier machen werden, ist... Hier mal rausfahren. Äh. Richtungsender. Da haben wir schon bei uns die Fahrtrichtungsender. So. Und wir machen uns hier mal Licht. Sehr gut. Abduftleitung blinkt. Weil. Gut. Ich hab die Handbremse hier drin. Jo. So. Jetzt ist aber gut. Alles gelöst. Dann würde ich sagen... Abmarsch. Ah. Der Sound ist so cool. Müsste jetzt eigentlich alles mitkommen, dann? Ich glaube, ich mache mir gerade selber eine Hilfe. Dann werden wir schnell von draußen steuern. So. Ab hier könnten wir eigentlich rollen lassen. Und wir gehen mal nach da hinten. Wir tun mal so, als wären wir ein Schirrwegleiter. Und einmal da rein, bitte. Ah. Drückt schon ein bisschen. Die. Wird ja immer wieder lösen. Jo. Jetzt kommt langsam die Länge ins Spiel. Ich glaube, sie braucht ein bisschen. Äh. Falsche Richtung. Geht doch. Ach. Aber der könnte man nicht auch mal wieder fahren. Aber für das, was wir jetzt hier vorhaben, ist die da ein bisschen zu schwach. Und ich muss sagen, diese Kupplung entstehen so sehr, sehr praktisch. Ich glaube, die lasse ich auch fürs erste Mal hier drin. Bin ich eigentlich ein ganz großer Fan davon. Und ich muss jetzt bloß nicht so schnell da ran. Und ich muss jetzt bloß nicht so schnell da ran. Und ich muss jetzt so, bitte einmal ran. Wo haben wir die Handbremse hier drin? Da hinten. Okay. Gleiches Spiel nochmal. Das letzte Mal. Du. Bremse. Runter mit dir. Ich könnte schon mal ein bisschen zugeben. Du. Das war jetzt gerade ein bisschen grob. Das wollte ich nicht. Ja, das wird ein langer Zug werden. Ich glaube, das könnte mal einer der längsten sein, die ich jetzt hier gefahren bin. Die Strecke ist jetzt nicht allzu weit, aber trotzdem Unfallpotenzial. Ähm, wir müssen da aufs zweite. Das könnte schon richtig eingestellt sein. Oder? Oder? Jetzt ist es richtig eingestellt. So, wir wären hier zu schnell. Das war die 10. Das war die 10. Zu weit. Ui. Der Zug braucht ein bisschen zum Bremsen. Oh, der wird die Fahrt aber gleich mal spannend werden. Dann geben wir schon mal Druck von hinten. Wenn die Bremse hier löst. Dass wir hier nicht weiter nach hinten kommen. Oh, ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr Schmerkes. Komm, 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 komm. Hochdrücken. Uh, da sind wir am Schleidern. Äh, wo ist hier? Sanden, sanden, sanden. Was, wie ein Sand da? Oder bin ich jetzt doof, das anzugucken? Ah, doch da, Sandstreier. Das wäre jetzt natürlich ideal, wenn wir hier einen Slug hätten. Aber ich glaube, das ging mal ohnehin. Ja, Temperatur ist schon mal nicht so geil. Komm, 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 komm. Drück rein. Ich glaube, ich mache gleich meine Lok kaputt. Shit, das ist jetzt echt nicht gut. Ach, Mann. Zugbremse. Wir müssen die Lok mal ein bisschen abkühlen lassen. Ach, Mann. Das ist schon mal ein geiler Start. Wunderbar. So, ich glaube, das passt jetzt mal wieder. Lösen. Komm, 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 komm. Drück nach hinten. Komm, komm, komm. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ach, Mann. Sehr grenzwertig. Gleich wird's kritisch. Aber so lange wir rollen, ist ja schon mal gut. Komm, komm, noch mehr. Ja, so jetzt im Nachhinein war das vielleicht doch nicht die geilste Idee, was ich da jetzt hatte. Okay, schauen wir mal ganz kurz, wie es hinten aussieht. Ich sehe meine hinten gar nicht. Oh, wow. Wir haben da noch ein bisschen. Geht's ohne Sand? Ja, fürs Erste. Ach, ja. 98 und gleichbleibend. Komm, komm, drück rein. Besser. Jetzt darf ich mich bloß nicht verbremsen. So, einmal zum Hintersten. Ha. Geht doch. Grenzwertig, grenzwertig. Aber es sieht schon geil aus, so lange einen Holzzug zu fahren. Okay, Stufe 1. So. So, gar keine Leistung mehr. Ein bisschen reinbremsen. Das sieht nicht schlecht aus. Sehr gut. Gut. Okay. Liebe Leute. Dann. Wären wir eigentlich soweit abfahren bereit. Ähm. First things first. Wir gehen erstmal wieder hier rein. Machen wir erstmal hier die Tür zu. So, dann haben wir erstmal hier unsere Ruhe. Ähm. Zugbremse können wir lösen. Lockbremse machen wir mal kurz rein. Ich will erstmal schauen. Der allerhinterste. Bahn, Seegewerk. B3i. B3i. Sehr praktisch. C3i. C3i. Okay. Seegewerk. Bahnhofspläne. Seegewerk hat. SW. Äh. SW. SW. Ist da ganz da hinten. Einmal durch hier. Seegewerk. Wir kommen von... Süden. Ja. Was es sieht ist. Äh. C wäre gerade gerade aus. Dann mal da einfahrt. Und B ist einmal die Abzweige. Okay. Und wir brauchen B3i. Und der B. Und der B. Das ist, wenn man reinkommt. Das erste Gleis rechts. Okay. So. Und jetzt hier von der Strecke her. Von der ersten Kreuzung rechts. Und dann links. Und dann fahren wir eigentlich direkt hin. Gut. Ich glaube. Den Abfahr bereit. So. Das wird jetzt spannend. Mal kurz gucken. Ob alles mitkommt. Jo. Das ist ein bisschen Holz. 60. Ja. Ich glaube. Er zieht die Höchstgeschwindigkeiten aus. Zu fahren. Ist eine ganz schlechte Idee. Was jetzt natürlich auch geil wäre. Wenn es dann zum Regnen anfängt. Wetter ist ja schon nicht sehr geil. Also. Und ich brauche hier noch. Einmal weiche Mode Idee. Mal hier. Und da dürfen wir jetzt eh auch nicht so schnell werden. Dass wir da hinten frei sind. Oh. Lassen wir am besten immer ein bisschen rollen. Und wisst ihr was ich jetzt vergessen habe? Zugschluss. Na gut. Jetzt ist es zu spät. Jetzt rollen wir schon. Den halte ich jetzt nicht nochmal an den Zug. Oh oh. Da wird gedrückt. Andererseits wisst ihr was für einen Motor. Na. Lassen wir zu. So. So. Kreuzung. Geht nach rechts. Und da dürfen wir 60 fahren. Minus 2,4. Vielleicht möchte ich bremsen. Das drückt jetzt aber ganz schön anständig. Oh fuck. Bremsen. 30. Scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Brems. 3,4. Im 30 sehen wir jetzt gerade ein bisschen zu schnell kommen. Okay. Bremsen ist wieder am lösen. Ui, das war knapp. Und eine maximale E-Bremse. Minus 0,8. 30 schneller werdend. Ja, wir halten es eigentlich ganz gut. 70. Da hinten werden wir langsam frei. Oh, es stimmt ja. Da war ja was mit Bremsen überhitzen hier in dem Spiel. Wir sollten die vielleicht nicht allzu lang drinnen lassen. Dann sollte ich aber auch nicht so schnell fahren. Waren wir hier mal Piano. Bremsverlust wär jetzt richtig scheiße bei dem Zug. Shit. Was war das für Geschwindigkeit drauf? Ich hab's nicht gesehen. Weiche. Oh, die geht nach links. Möchte die Geschwindigkeit sehen. Was ist denn das? 40. 40. 40. 40. 40. 40. 40. Okay, machen wir kurz Außenkontrolle. Da glüht noch nichts. P P P P Betonung auf noch. 70 und geht schon wieder steil nach unten also für motos aber ich hätte mir in die andere richtung fahren aber das ist auch so eine challenge für sich hier ist ein koloss hier zu bremsen 50 mit einer steigung da könnte man es eigentlich reinrollen lassen immer mal zu hier sind drauf jetzt ist es so jetzt auch verarbeiten Noch mehr? Oh, ne, komm. Sie schafft es. Also in der Einstellung werden wir das nicht lange überleben. Mal ganz kurz reinhören. Ich glaube, wenn die Tür offen ist, ist es gerade ein bisschen angenehmer. Aber es ist ein Hall nicht. Oh, Weiche. Wir müssen da nach rechts, ne? Ja. Ja, grenzwertig, die Belastung hier. Wir haben es nicht mehr weit. Ich habe in einem Moment gedacht, ich habe gerade etwas kaputt gemacht. Aber es muss nur etwas umschalten. Ähm, rechts. Hoffe ich. Oh, komm, Lok, bitte schafft es. Komm, 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 komm. So, was war das? E3i. Oh, fuck. Komm, 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 komm. E2i, 3i. Das sieht richtig aus. Oh, nee, sie ist sehr grenzwertig. Komm, 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 komm. Zieh rein. Du schaffst das. Beinahe oben. Ja, sehr gut. So, jetzt werde ich aber noch mal Augen hinten brauchen. Und ich weiß, wann wir drin sind. Ui, das war eine knappe Angelegenheit. Oh, wo ist der letzte Wagen? Oh. Jetzt so, wenn ich das so sehe... Ah, ist der Zug vielleicht doch ein bisschen lang. Temperatur ist abnormalisieren. Sehr gut. So, dann können wir hier mal runtergehen. Äh, das ist ein bisschen bremsen. Äh, das ist ein bisschen bremsen. So, sobald wir hier mit den Schilzen schon mal stoppen. Und dann werden wir den ersten Teil hier schon mal abkuppeln. Gut. Dann. Äh, gehen wir mal aus dem hier wieder raus. So, dann. Also, wir haben hier... 859. Das müsste der Auftrag sein. 859. 058. Das sind 3, 4... 6 Wagen. 1, 2, 3... 3, 2, 5, 6. Mal kurz gucken. 058. War erst 058. Dann werden wir hier... Gleich trennen. Und hier machen wir auch noch die nächste Handbremse rein. So. Okay, Unlock. Ich glaube, da können wir die Bremse leer machen. So. Dann geht der nirgendwo mehr hin. Dieser Auftrag. 059, 4 Wagen bis 6, 2, 2. 1, 2, 3, 4. 6, 2, 2. Komm. Dann bremse. Wollen wir können. Und einmal leer machen. So. Das wären die zwei. Wenn wir gerade da stehen, können wir die gerade schon mal abgeben. Einmal los. Dankeschön. Und einmal los. Nice. Okay. Dann die nächsten. Jetzt kommt der noch nicht mehr ganz so schwer. Bremse ist mit mir happy. Sehr gut. Könnte jetzt theoretisch... Nein, wir fahren nicht nach hinten. Wir fahren nach vorne. Okay. Okay. Also das Anfahren klingt halt schon geil. Ah, so ein C3i. Schauen wir mal kurz. C3i. Okay. Da hinten. Oh, da geht's runter. Es ist jetzt aber suboptimal. Aber gut. Zug ist kürzer diesmal. Aber gut. Dies ist echt ein bisschen schwierig einzuschätzen. Na, ich glaube, jetzt können wir dann bremsen. Bremsen. Dann machen wir das mal manuell. Weich ist auf jeden Fall frei. Mal da rein. Und... Geradeaus auf... Ne, doch nicht. Das wäre schon richtig gewesen. Fehlt also nur noch die da hier. Und da ist auch alles frei. Okay. Ich hoffe mal, dass das jetzt gleich auf Anhieb funktioniert. Ähm... Rückwärts. Gut. Ja, tut sich was. Also ich habe schon einen Dockführer gesehen. Die sitzen halt so dran, ey. Schauen einfach so in die beiden Richtungen raus. Anstatt einfach nur so raus. Ja, das geht jetzt viel besser. Hm, ich frage mich gerade. Ob wir mal als Episodi zum Hafen runtergehen und noch ein bisschen was Extremeres machen als wie das. Oder vielleicht mit einem Slug oder halt Doppeltreaktion. Ja, Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. So, sehr gut. Ah, das hätte ich eigentlich mit dem Bock. Weil wir da richtig was schweres zu fahren. Ah, da würde ich das mal geil finden, wenn das mit den Heizen mal kommt. Stand vor dem Video. Geht das noch nicht. Irgendwann auf noch. Oh, wo ist der Schild? Da. Ja. Ja. Ja, ein Stückchen noch. Ja, ein paar Meter noch. Sehr gut. Das war's. Das war's. Einmal. Na, soll man? Ja. 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 Mal so. Handbremse hier rein. Dann braucht man eigentlich hier nur noch beim letzten machen. Oh, das passt sehr, sehr gut vom Platz. Und auch hier die Handbremse. Sehr gut. Ich frag mich gerade, auch wenn das jetzt hier zwei Aufträge sind. Die sind zusammen kuppelt. Wird's reichen, wenn man nur bei einem die Handbremse reinmacht? Oder muss einfach pro Auftrag immer eins an sein? Das war's. Das probieren wir jetzt gerade mal aus. Ich tue es hier mal wieder raus. Und dann schauen wir mal, was unser Jobsender dazu sagt. So. Jobsender, guck mal. Ich hab da das da. Okay. Da ist er happy. Ist auch happy. Okay. Also wenn die gekuppelt sind, dann braucht's nur bei einem einzigen Magen die Handbremse zu haben. Muss man nicht zweimal machen, also pro Auftrag. Also, pro Auftrag. Also im Sinne, ja, ihr wisst, was ich mein. Okay. Ja, das war eine spannende Fahrt. Hat mir gut gefallen. Aber ich glaub, wir müssen dann noch irgendwas Extremeres mit der machen. Und das nächste Mal, ich glaub, dass wir hier eine Talfahrt machen, die, wo es zum Schluss ein bisschen knackig geworden ist, machen wir eine Bergfahrt irgendwo hin. Aber ich glaub, sowas, eine Bergfahrt, brauchen wir zwei. Oder eine Slack mit dazu. Hm. Weih. Ich lass mal was einfallen zum Thema Slack. Ich denke mal, da werden wir uns irgendwas aus dem Hafen holen. Oder jetzt hab ich grad ne dumme Idee. Einen Schnellzug fahren mit einem fetten Müdezug hintendran. Das ist total doof, sowas zu machen, aber wäre ne Option. Naja, lasst euch überraschen auf die nächste Episode. Bis dahin, wenn es euch gefahren hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr kein Upload mehr. Bis denn dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.